Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich wieder ein Update zur Xiaomi Aktie für euch dabei. Wir gehen hier auf die aktuellsten News ein. Ich habe heute mal eine coole Sache von einem neuen Fernseher von Xiaomi für euch dabei. Mal so zu den aktuellsten News, was im Mitte April auf den Markt kommen soll. Das schauen wir uns dann natürlich zusammen an und ich werde euch den Fernseher auch zeigen. Dann gehen wir so ein bisschen auf die geplanten Zahlen von Xiaomi ein und schauen wir auch an, was der Chart in der letzten Woche gemacht hat. Ja und dann würde ich sagen, wir starten jetzt auch direkt und zwar eben mit den aktuellsten News. Hier geht es jetzt um den Xiaomi Mi TV P1e 65 für 65 Zoll. Also sie wählen eine sehr, sehr schöne Größe oder eine mittlere Größe, einfach eben nicht zu groß und nicht zu klein. Und wir schauen uns jetzt mal an, was der Fernseher denn alles können soll und wie er ausschaut. Aber wie gesagt, ich blende ihn euch da natürlich gerne ein. Ja, 75 Zoll sind eben den meisten zu groß. 55 Zoll ist so, ja meistens Standard oder beziehungsweise mittlerweile schon Gewohnheit. Wir selber haben auch einen 55 Zoll Fernseher zu Hause und ich finde, wenn man ein bisschen weiter weg sitzt, gewöhnt man sich sehr, sehr schnell daran. Und jetzt bietet Xiaomi hier eben so die goldene Mitte an mit 65 Zoll und zusammen mit den Xiaomi 12 Smartphones, die hier auf den Markt kommen, wurde jetzt eben das Ganze hier auch um einen neuen Xiaomi Fernseher erweitert. Dabei handelt es sich hier um die leicht abgespeckte E-Variante der normalen LCD-TVs, also ein sehr, sehr großer Fernseher. Hier als Android-TV natürlich von Xiaomi zum erschwinglichen Preis von ungefähr 750 Euro. Ich finde, das ist für so eine Größe wirklich sehr, sehr toll. Und Mitte April startet hier eben der Mi TV P1e im Handel bei uns. Jetzt schauen wir uns mal so ein bisschen genau die Spezifikationen an, einfach so, dass man weiß, was hier wichtig ist. Es ist ein herkömmlicher 65 Zoll Fernseher, also ca. 165 Zentimeter. Ein großes LCD-Panel mit 4K-Auflösung, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, bei 3840 zu 2160 Pixel. Die Bildwiederholungsfrequenz liegt bei 60 Hertz. Und wie man es von anderen Xiaomi-TVs kennt, werden mit der MEMC-Technik Zwischenbilder berechnet, um die Darstellung eben hier flüssiger zu machen von den Bildern. Und die meisten Mi TV P1e-Fernseher verzichten zwar eigentlich auf Dolby Vision beim Xiaomi TV P1e 65, um es den hier geht, ist es mit an Bord. Also da ist die Dolby Vision mit dabei. Dazu kommt HDR10+, zur Wiedergabe einfach von kontrastreicheren Videoinhalten. Also der hat schon ein paar Spezifikationen mit drin, der Fernseher. Er ist komplett in schwarz mit einem Xiaomi-Schriftzug unten beim IR-Empfänger. Und zu den Merkmalen zählen außerdem die etwas dickeren schwarzen Ränder um das Panel und auch das einfachere Design hier mit den Kunststoffstandfüßen. Wie gesagt, ich blende ihn euch jetzt ein, dann könnt ihr ihn einfach mal sehen. Ich finde ihn eigentlich sehr schick und schlicht gelungen. Natürlich jetzt nichts super Besonderes, aber sehr, sehr schön so mit den Rändern, wie er steht. Und von dem her sehr, sehr gut. Zur Konnektivität, wir haben wir Wi-Fi 2.4 und 5 GHz LAN, Bluetooth 5.0. Anschlüsse haben wir einmal HDMI, zweimal HDMI 1.4, dann haben wir einen CI-Slot, dann haben wir Klinke und optischer Audioausgang. Fernbedienung hier mit Extratasten für Netflix, Amazon Prime, Video und auch Sprachassistent ist hier mit dabei. Zur Hardware, hier ist ein Quad-Core mit 2 GB RAM und 8 GB Speicherplatz verbaut. Und hier kommt eben auf dem Fernseher Android TV 10 zum Einsatz. Also Xiaomi ist ja allgemein immer Android, sowohl bei den Smartphones als auch bei allen elektrischen Geräten. Damit steht hier über den Google Play Store alle erdenklichen Apps, die ihr euch denken könnt, Spiele und auch Streaming-Anbieter zur Verfügung, wie schon gesagt, mit Netflix und Co. Und die empfohlenen Videoinhalte werden ja ganz schick eigentlich auf der Startseite präsentiert. Und somit, wie gesagt, ist es alles in allem ein Fernseher, der eigentlich oder ein Smart-TV, der alles kann. Für 750 Euro in der Größe für mich wirklich, wirklich ein tolles Gerät. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht ein Xiaomi-TV bei euch habt. Ich werde mir wirklich als nächsten Fernseher Xiaomi holen. Ich habe jetzt auch einfach ein No-Name, muss man sagen. Ich glaube von TLC ist der gerade. Habe ich jetzt auch schon 5, 6 Jahre. Wie gesagt, ich möchte immer eine Nummer größer haben. Und da wird auf jeden Fall hier der Xiaomi-TV P1E mit 65 Zoll auf jeden Fall in die ganz, ganz enge Auswahl bei mir kommen. Ja, und jetzt schauen wir uns natürlich auch noch die Zahlen an. Wir haben uns den ja auch hier dafür da, um uns die Aktie anzuschauen. Die geschätzten Finanzdaten, also zuletzt im Jahr haben wir einen Umsatz von 46,1 Milliarden Euro. Das Nettoergebnis bei knapp 3 Milliarden und die Netto-Liquidität lag bei 8,5 Milliarden. KGV eigentlich sehr gesund bei 13,2, also sehr, sehr gut bewertet. Der Umsatz dieses Jahr soll auf 55,1 Milliarden anwachsen. Das Nettoergebnis auch nach oben auf 3,2 und die Netto-Liquidität soll bei knapp 10,9 Milliarden liegen. Marktkapitalisierung haben wir aktuell knapp über 38 Milliarden Euro und Mitarbeiterzahl über 31.000 Mitarbeiter. Das war so das Wichtigste. Ich wollte heute einfach mal auch den Fernseher mitbringen, dass man sieht, sie sind auch unabhängig von ihren Smartphones technisch sehr, sehr gut aufgestellt. Sei es auch hier zum Beispiel im Saugroboter-Bereich. Aber das war jetzt mal so ein Gadget, was ich sehr, sehr toll finde, auch weil ich es mir überlege, eben selber zu kaufen. Und auch wenn man es den Chart anschaut, schaut es langsam aber sicher wieder besser aus. Man hat den Boden, glaube ich, gefunden hier bei 1,41 Euro. Wir stehen mittlerweile wieder bei 1,65 Euro, haben Plus von über 4 Prozent am Freitag. Wir bewegen uns so langsam wieder Richtung 50-Tage-Linie, die irgendwo so im Bereich um die 1,80, 1,90 aktuell verläuft und hier in Gelb zu sehen. Von der 200-Tage-Linie sind wir noch ein gutes Stück entfernt und vom Jahreshoch hier bei 3,15 Euro, da haben wir noch knapp eine 100 Prozent beziehungsweise 90 Prozent Chance. Langfristig traue ich Xiaomi weiterhin sehr, sehr viel zu, weil sie fundamental gut aufgestellt sind. Die Zahlen passen für mich mehr als alles andere, sie wachsen weiter und sie sind einfach hier sehr, sehr innovativ. Natürlich hat man irgendwo immer dieses China-Risiko mit dabei, da hat aber hier der Staat ganz, 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 ganz stark entkräftet, muss man sagen. Sie sind jetzt hier wirklich gewillt, ihre chinesischen Unternehmen weiter an der USA listen zu lassen. Sie wollen alles Nötige dafür tun, damit eben die Unternehmen dort nicht von der Börse fliegen. Und das war für mich auch ein positives Zeichen oder hat auch die meisten oder alle chinesischen Aktien wieder nach oben katapultiert, eigentlich durch die Bank weg. Und wie gesagt, war für mich ein sehr, sehr positives Signal. Ja, und das war es jetzt eigentlich soweit von meiner Seite. Und wenn euch mal wieder mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, um hier keine News und kein Video mehr zu verpassen. Und aktiviert dafür natürlich auch gerne die Glocke danach. Und wen es noch interessiert, ich habe hier auch einen zweiten Kanal rausgebracht, um das Thema Online-Geld verdienen, zum Beispiel mit Social Media, Affiliate-Marketing und verschiedenen Apps. Und wen das Ganze interessiert, das Thema, gerne unten mal in meiner Videobeschreibung schauen, da werde ich euch meinen neuen Kanal verlinken. Ja, das war es jetzt soweit von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!